herzlich willkommen auf meinem kanal playmo house kanal 11 10 heute mal wieder zu einem neuen video und zwar habe ich ein haus gebaut zwar für schon das schaf ich habe den hund die küche habe ich auch schön eingerichtet dies in der serie die treppe habe ich mit leben auch gebaut das haus ist aus lego und dann haben wir das beklebt also sieht sehr schön aus dann ist hier das wohnzimmer hier ist schon und das dicke scharf hier ist der bauer hier ist noch mal schon unterbauen aber noch etwas von der konversion jetzt noch mal schon ich habe schon mehrmals dann sind hier timi und timis mutter im schlafzimmer ist hier steht ein computer hier ist der stall in handel habe ich auch aus lego gebaut das war's wenn euch das video gefallen hat dann gibt diesem video einen daumen nach oben und abonniert meinen kanal hier